Ahoi, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder zu God of War und in Muspelheim. Ja, ich habe herausgefunden, dass wir erstmal alle Missionen in Muspelheim abschließen müssen, also alle Herausforderungen, um dann zu der Valkyrie zu gelangen und in Nilfheim treffen wir auch auf sie mitten im Nebel anscheinend. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf, aber da haben wir zwei Fliegen mit einer Klatsche wieder mal und wir gehen hier alles ab. Ich sage mal so, das ist jetzt die zweite Mission oder die zweite Herausforderung, die ich schon geschafft habe. Ich glaube, als wir hier waren, habe ich sogar eine dritte noch geschafft. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber es müsste so sein. Falls ja, dann sind uns ja nur noch zwei gegeben. Die waren mir dann irgendwie zu schwer, aber das ist ja auch schon lange her, als ich hier in Muspelheim war. Jetzt haben wir ja wesentlich bessere Ausrüstung und so weiter. Jetzt sollten mir diese Aufgaben auch wesentlich leichter fallen. Ich hoffe, ich kann das in diesem Part abschließen. Das heißt, dass ich die Herausforderungen in diesem Part fertig mache und die Valkyrie schaffe und im nächsten Part dann mit Nilfheim dann da die Valkyrie noch erledige, um die Nebenmission dann abzuschließen und dann genug Echos noch zu sammeln, um das dann fertig zu machen. Bin mir aber nicht ganz sicher, so wie es aussieht, ist das erst die dritte Herausforderung. Also ich muss wohl noch, drei muss ich wohl noch. Naja, wir gucken einfach mal, was hier auf uns wartet, würde ich sagen. Da habe ich diesen rundum an den Griff. Nein, ich hätte ganz gern, als Waffe hätte ich hier ganz gern einen anderen. Ja, den hätte ich gern, der ist cool. Um sich aufzuwärmen. Nee, wir gucken mal. Prüfung schwer, tönen sie Gegner, wenn diese innerhalb der Goldringe sind. Gibt das Zeichen. Draußen, rechts. Ich bin bereit. Kommt so weit. Einer. Nein, 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 nein. Mach nicht so viel Damage. Machst zu viel Damage, Junge. Ha. Mein Junge macht zu viel Schaden. Ha. Die sind ja jetzt, jetzt sind sie gerade total easy. Er war außerhalb. Ich glaube, ich muss die Mission wohl nochmal machen. So. So, einer noch. Nein, das schaffen wir schon noch. Ach so, wir müssen mehrere. Ah, okay. Welle abgeschlossen. Ich dachte, das war schon eins. Ich dachte, das reicht. Oh, nee. Nicht die Alpen. Nicht die Alpen. Da hab ich, auf die hab ich gar keinen Bock. Das war einer, der zählt. Das war einer, der zählt. Der zählt. Oh, mein Junge, du machst zu viel Damage. Das tut mir ja leid, aber... So, das war's. Mein Junge macht zu viel Schaden. Boi. So, hier hinten. Vielleicht kommen ja hier welche hochgekrabbelt. Da kann ich die gleich hier. Genau, da schicke ich die einfach wieder zum Teufel. Ach, das geht nicht. Okay, ich muss die... Ich muss die erst sich hochkrabbeln lassen. Ich finde das ja sehr löblich von dir, Junge, aber... Du musst sie jetzt auch mal herkommen lassen. Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße, ne? Ich hab noch gar keinen. Ach, Mann! Komm, das war doch einer! Ah! Keinen einzigen hab ich bisher. Das ist nicht gut, Leute. Das ist... Die Ringe lösen sich auch ständig wieder auf. Was soll das? Was? Das war noch einer! Wollte mich jetzt verarschen. Der Ring hat sich in dem Moment aufgelöst. Ah, das ist wirklich schwer. Also, das ist wirklich schwer. Ich muss sie alle runterkloppen. Hab ich den jetzt gekillt? Ernsthaft? Kann man die nicht irgendwie verspotten? So, soll ich mal noch warten, bis der Kreis... Äh... Ah, es hat wieder nicht gereicht. Ich glaub's nicht. Eine Minute dreißig nur noch. Junge, jetzt hör auf! Die haben zu greifen. Nein! Außerhalb! Was ist das hier? Was ist das hier? Das war auch... Der war auch nicht drin. Nein, 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 Junge. Hier, her! Hier, her! Komm, der war doch... Wieso verschwinden die Ringe so fucking schnell? Holy fucking shit! Hey, den hab ich nicht geschafft. Oh, man! Im Training gibt es kein Versagen. Hm. Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's sehr schwierig. Ich muss wirklich in kürzester Zeit einen töten. Lass ihn erst mal hochkommen. Nein, 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 nein. Ja, ja, der ist drin. Der ist doch drin. Ja. 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 Kommt her. Kommt jetzt her, hier. Kommt jetzt hier rein! Halt! Der Kreis ist da hinten. Vier. Ja, wenn man weiß, wie es geht, ne? Wenn man weiß, wie es geht, dann geht's. Ich hasse diese Herausforderung. Ich mag sowas nicht. Also nicht nur in dem Game. Ich mag das generell nicht. In allen Spielen. Dass man da immer so, ah, du musst erst, du darfst die nur mit der einen Waffe besiegen und... Ja, klar, das ist zum Training da. Ich versteh's ja schon, aber... Nee, ich will halt so kämpfen, wie ich kämpfen will. Ich find solche Herausforderungen, ich weiß nicht. Kann da irgendwie nix abgewinnen, so richtig. So, auf zur nächsten. Ich glaub, jetzt, äh, müssen wir noch sogar trotzdem noch zwei machen. Boah, Kotz, ne? Also, aber da müssen wir jetzt durch. Dass wir auch jedes Mal hier noch hochklettern müssen, ey. Klettern, klettern, klettern. Na, mal gucken, was uns hier erwartet. Werden wahrscheinlich einmal verkacken und dann einmal... Gewinnen, so ist es immer. Prüfung normal. 100 Gegner besiegen. Warum war die davor schwierig? 100 Gegner besiegen, das ist schon was. Können wir erst mal gucken, wie viel Damage mein Junge so macht? Das war der erste. Wenigstens kein fucking Zeitlimit. Ich hasse Zeitlimit. Ach so, kommt erst mal raus aus der Arena. Da kommen anscheinend auch nicht 100 auf einmal, sondern die kommen wirklich Stück für Stück. Da kommen bestimmt auch noch so eine Welle mit kleinen Viechern mal. Jetzt stirb halt, ey. Boah, 100 Gegner, ey. Das dauert eine Weile. Ja, das dauert eine Weile, aber sollte auf jeden Fall machbar sein. Die sind ja alle grün bei mir. Also relativ einfach noch. Ich hoffe, dass wirklich viele kleine mal noch kommen. Mal so eine Welle von vielen kleinen, die ich mit zwei Schlägen weg machen kann. Boah, nicht so ein dicker, Alter. Weißt du, wie lange ich jetzt hier brauche für diese scheiß Herausforderung? Alter, macht's bei euch oder was? Warum verliebt er seine fucking Axt? Ihr nervt, Alter. Die kleinen Viecher nerven sowas von. Die müssen jetzt erst mal weg. Ja, das Passauf kam ein bisschen zu spät, aber... Gibt's hier eigentlich irgendwelche Heilungssteine mal, oder... Ah, die Blitze machen dem schon ganz gut Damage. Ach, du Scheiße. Da muss man sehr weit hinter gehen. Das kann man auch nicht abbrechen. Jetzt verreckt halt endlich. Ach ja, boah, ist das langweilig, ey. Aber man muss halt trotzdem durch. Ich sag mal so, es ist halt trotzdem... Es ist halt trotzdem eine gewisse Schwierigkeit, weil man hat wirklich so viel... Man hat halt nicht wirklich Heilungssteine oder so. Man geht die ganze Zeit nur auf Distanz. Ich lasse meinen Sohn halt so gut wie es geht machen. Da gab's noch die eine Fähigkeit. Es tut mir leid, aber ich muss sie mir immer wieder angucken. Ja, die hatte mal so einen Typ eingesetzt. Da war die sehr gut. Die macht anscheinend sehr viel Damage. Und da würde ich... Ja doch, da würde ich bei der bleiben. Aber da lässt er ständig die... Der lässt er ständig dann das Ding fallen. Also, der lässt er ständig... Nee, dieser Amboss ist okay. Nee. 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 Den fand ich noch gut. Obwohl, die macht aber gar nicht so viel Damage, wie ich mir das gedacht habe gerade. Dann vielleicht doch der. Ich weiß nicht, ob die Heilsteine fallen lassen, ob das so gedacht ist, aber momentan habe ich noch keinen gesehen. Schön wär's ja schon. Ansonsten müssen wir... Mal die mit einer Fähigkeit besiegen. Weil ich glaube, dann habe ich noch den Gesundheitsschub. Brunensägen habe ich dann drin. Kein Gesundheitsschub. Okay. Das ist blöd. Mehr zu deiner rechten, Bruder! Nicht bereit! Ja, so, jetzt tut mir leid, aber so vom Kommentieren her ist es halt jetzt ein bisschen langweilig, ne? Da kann ich jetzt aber auch nicht so viel dran ändern. Alles klar! Ich bin noch nicht so bald. Ach, ja... Es tut mir leid, Leute, aber ich weiß ja nicht, was ich jetzt gerade großartig kommentieren kann. Die Gegner sind halt alle grün und ich versuche hier auf Distanz zu bleiben, um keinen Schaden zu erleiden, um die nächsten Wellen noch auszuhalten. Das sind halt 100 Gegner, die man besiegen muss. Das ist halt mega langweilig. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich ab der Hälfte dann irgendwann mit ganz wenig Leben rumbastle und merke, ah, ich habe ja gar keinen Heilungsstein mehr und dann muss ich es alles nochmal machen. Ich glaube, da kotze ich ab. Da mache ich heute nichts mehr, ey. Das wäre für mich dann so starke Demotivation. Da hätte ich dann wirklich gesagt, nee, da mache ich heute... Da mache ich heute Feierabend. Also langsam tut auch der Daumen weh vom Rumlaufen. Diese Gamer-Probleme, ne? Ich habe bloß vor denen Angst, die dann so schnell angestürmt kommen. Da muss man echt aufpassen. Aber mein Sohnemann scheint keine Angst vor denen zu haben. Ich kann ja mal den hier machen. Ach, das ist... Cool, den habe ich noch gar nicht gesehen. Sehr schön. Wenn wir es gedrückt halten, dann kommt da so ein... so eine Explosion. Die habe ich noch gar nicht entdeckt. Cool. Ach, Mist. Wieder Damage bekommen. Na, fast 30 Gegnern oder so habe ich wieder Damage bekommen. Das ist nicht gut. Zwei von denen. Ich muss mich um die Kleinen kümmern. Die Kleinen müssen weg. Die nerven wirklich. Wobei ich mich um die Großen kümmere. Die Großen kriegen zwischendurch so ein bisschen Damage. Mach den Kleinen. Mach den Kleinen. Ei, 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 ei. Ach, ein Heilungssteuer. Ach, das ist aber mal nett. Man kann den wirklich nicht abbrechen. Man kann den wirklich nicht abbrechen. Wow. Oh, Junge. Ich glaube, er mag dich nicht mehr. Da hätte mich doch fast einer getroffen. Beschossen? Von wo denn? Das sind nur noch die Dicken, oder? Ich finde diesen Pfeil halt so super, weil der hin und her springt. Das ist halt einfach genial. Ich weiß, gegen die wäre die Axt vielleicht stärker, aber... Also wirklich, in dem Spiel, mein Sohnemann, ist die absolute Hilfe. Ach, ja. Oh, jetzt habe ich aber ziemlich viel Damage genommen. Das war jetzt nicht so schön. Ich muss noch relativ lange aushalten. Ich muss wirklich noch relativ lange aushalten. Aber ich habe die Rager noch und ich habe noch einen Ronenstein. Die sind mir die Liebsten. Die block ich einfach. Und dann gebe ich ihnen einfach. Hallo? Hallo? Jetzt habe ich aber viel Leben verloren. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Jetzt habe ich Hälfte Leben runter. Ich glaube, ich mache... Bei den nächsten Gegnern probiere ich mal die Rage. Um mich wieder ein kleines bisschen hochzuheilen. Und um die Trolle gegenseitig fertig zu machen. Ja, der macht wirklich immer nur drei Angriffe. Und dann war es das. Was? Wie hat der mich getroffen? So, die Rage ist aber auch wieder zur Verfügung. Das ist wirklich... Es ist nöt, 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 nöt. Es ist notwendig. Da ich wirklich damit auch nochmal Leben recken kann. Ich hoffe, mein Tohn gibt mir später auch nochmal einen Heilungsstein. Und dann kann ich hier... Oder hier kommt nochmal einer irgendwann. Dann kann ich wirklich gut mitarbeiten. Wiederbelebungsstein habe ich auch noch. Dass man die Fähigkeiten so krass aufladen kann, das ist mir auch erst später bewusst geworden. So, es sind wieder sehr viele. Da kommen wieder unsere Wölfe zum Einsatz. Wie viel Erfahrung wir hier kriegen, das ist auch der Wahnsinn. So, das hat euch nämlich auch nochmal schön Damage gemacht. Das auch nochmal. Okay, das war eine Kombi, die hat sich wirklich gelohnt gerade. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, so langsam so ein Heilungsstein wäre schon geil. 30 Gegner noch. Ich glaube... Ich glaube, bei dem nächsten mache ich mal die Rage nochmal. Ich muss sie ja nicht ganz einsetzen. Oh, das wird jetzt schwierig. Die Gegner sind auch ein bisschen verteilt. Erstmal den machen in der Ecke. Und dann gehe ich von der Ecke aus, greife ich hier an. Eia! Hui! Also meine Rage brauche ich schon nochmal voll. Wir sind jetzt aber auch gleich bei 22 Gegnern. Wuh! Es wird langsam eng. Ah, liebe Freunde, ich kann nicht mehr. Haben auch langsam keine Lust mehr. Aber meine Rage brauche ich schon nochmal. Dann mache ich doch wohl zu den Trollen zuerst. Sehr schön, dass du einfach so dastehst und nichts machst. Jetzt kann ich mit dir diesen anderen Krieger wegmachen. Das hat sich voll gelohnt. Also wenn ein Troll da ist, dann immer zuerst den Troll besiegen. Was willst du für ein Krüppel? Du bist so ein ganz Hinterhältiger, hä? Weißt du was? Dich lasse ich von meinem Sohn wegmachen. Fick dich einfach nur. Jawohl, nochmal Leben hier. Leben. Ja, die blauen sind gefährlich. Sohnemann, du sollst den da hinten machen. Ja. Ja. So, wir sind jetzt gleich bei 10 Gegnern, liebe Freunde. Oh Gott, hab ich keinen Bock, die Folge zu schneiden, ey. Ja, ach ja. Schwing dein Schwert, Junge. Alter, der ist aber auch schnell. Da war mir der Typ, der andere doch lieber. Weißt du, das ist das Geile. Das macht mein Sohn. Ich würde ganz gern am Ende des Spiels mal so eine Statistik sehen, wie häufig hab ich Viereck gedrückt. Wie viele Gegner hat mein Sohn getötet, wie viele ich. Ich glaub wirklich, mein Sohn hat mehr Gegner getötet als ich. Oder sagen wir's so, ich habe meinen Sohn mehr getötet lassen. So. So, das sind die letzten. Die letzten drei. Ich will zuerst die Kleinen weghaben und dann mit dir dem Showdown. Wirklich, so eine Range hat das. Ich bin davon immer noch beeindruckt. So, mein lieber Freund. Du kriegst einen Stein in die Fresse und noch einen in die Fresse. Und noch einen in die Fresse. Oder auch nicht. Ich geh mit vollem Leben hier raus. Ich sag's dir. Toll, nur der letzte Angriff hat gesessen. So, Junge, den darfst du machen. Ich sag doch, mein Junge besiegt mehr Gegner als ich. Ich hitte die mit dem an und ich finische mit ihm. Zwischendurch mach ich nur ein paar Schläge. So, das war die vierte. Wie ich gehört habe, gibt es jetzt noch eine fünfte. Und ich würde sagen, die fünfte und die Walküre machen wir aber erst im nächsten Part. Weil ich hab langsam keinen Bock mehr. Und der Gegner jetzt besiegt... Äh, was? Soll ich hier nochmal, oder wie? Muss ich nochmal? Nee. Was wollten ihr mich jetzt hier verarschen? 100 Gegner besiegen. Hab ich doch gemacht. Okay, wenn ich das jetzt nochmal machen muss, dann kacke ich ab. Dann kotze ich rum. Aber das, Leute, alles erst in der nächsten Folge. Also, bis dann.